«I keep on losing myself and so on with somebody else. I keep on losing myself ever since I found you. Oh yes, I keep on losing myself and so on...» Wir sind in meinem Zuhause, in meiner Musikalie, in meinem Studio. Ein Ort, in dem ich kreativ sein kann und in dem ich mich entfalten kann. Und ich sind da, weil meine Gäste sind und ich freue mich auf dieses Gespräch. «I keep on losing myself and someone with...» Der grösste Find eines Musikers ist gleichzeitig der grösste Freund. Und das ist die Zeit. Weil ich glaube, wenn wir unmöglichst viel Zeit hätten, wäre das Zeug nie fertig und käme nie und würde nie released werden. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass es einen Moment gibt, wo man sagt, jetzt gehen wir raus und jetzt verdient, irgendwie die Welt rauszugehen. Sonst würden die Songs alle in irgendwelchen Studios im Keller bleiben. Ich habe ja schon vor gut drei Jahren angefangen, für dieses Album zu schreiben. Zuerst noch in ganz andere Richtungen und irgendwann hat sich dann alles ein bisschen fokussiert und man hat gewusst gehabt, was man machen will für das nächste Album. Wir müssen dann eigentlich mitten im Songwriting-Prozess sein, dass wir viele Songs schreiben. Und das muss man vielleicht auch sagen, man schreibt als Songwriter immer viel mehr Songs, als es für ein Album wirklich braucht. Dass man viele Darlings, die man hat und die einem ans Herz gewachsen sind, irgendwann auf ein Album wieder auch killen und wieder weg muss. Es ist eine stetige Entwicklung. Es ist aber für mich als Künstler der wichtigste Prozess im Ganzen. Ich glaube, wie auch ein Künstler sich immer wieder versucht zu entwickeln, sich immer wieder versucht neu zu erfinden, ist, glaube ich, auch die Neuerfindung im Songwriting ein Prozess, den man immer auch wieder überdenkt. Weil wenn man immer wieder das Gleiche macht, dann kommt auch immer wieder das Gleiche raus. Und ich glaube, das ist etwas, was wir gerade in dem Halb, wo wir uns auch wieder überlegen, wie hat sich auch die Zeit verändert, wie hat sich die Musik, wie hat sich die Kunst verändert und inwiefern gehen wir auch mit oder machen die Sachen auch, durchbrechen die Sachen und machen die Sachen neu. Songwriting hat einen extrem grossen Einfluss auch, wie ein Album am Schluss klingt, weil dort entsteht und dort legt man wie die ersten Pfeiler. Die Art und Weise, wie ein Song entsteht, kann immer wieder unterschiedlich sein. Ich glaube, um den Leuten zu erklären, wir haben wie ein weisses Blatt, jeder hat einen Stift und man beginnt, Sachen aufzuzeichnen und am Schluss will man ein Gesamtbild haben. In der Praxis bedeutet das, dass Musiker zusammenkommen und sie vielleicht eine Gitarre, ein Instrument nehmen und anfangen, Melodien zu haben. Vielleicht kommt aber am einen Morgen auch jemand mit einem Satz und sagt, das und das und dann macht man über das einen Song. Ich glaube, es braucht einen Impuls. Im Fall von mir ist die Musik eigentlich der erste Impuls und ich lebe sehr über die Melodie und die Musik wie der erste Schritt. Und dann muss es uns extrem schnell gelingen, einen Inhalt für die Melodie zu finden, damit sie Gewicht bekommt. Und erst dann kommt im Prinzip bei mir Text als zweite Form häufig auf die Musik rauf. Die Sprache ist im Songwriting-Prozess häufig noch gar nicht so klar, entweder es ist ein Kuderwelsch oder ein englisches Kuderwelsch oder wie auch immer. Viele Künstler arbeiten genau so, dass sie in einer Kuderwelschsprache die ersten Sachen geben. Und dann ist es eine Entwicklungssache, die man eigentlich bei einem Gespräch viel zuhört. Und im besten Fall, und darum arbeite ich auch gerne mit anderen Songwritern zusammen, ist eine Kooperation zwischen Menschen, wo jeder Experte und Spezialist für etwas ist. Ich bin vor allem tatsächlich zum Kleinunternehmer geworden und bin in diese Rolle vielleicht ein bisschen reingerutscht und später noch ein bisschen reingewachsen, weil ich eigentlich am Anfang eigentlich vor allem habe Musik machen und gemerkt habe, dass aber, dass ein bisschen Musik machen, je grösser das wird, zu einem kleinen Unternehmen wächst, wo halt auch ganz viele Menschen daran hängen. Das ist ein Booking und Musiker und Management und einfach ganz viele Menschen, die an diesem Projekt arbeiten und aber auch, dass das Projekt ein gewisses Einkommen generiert. Und das treibt natürlich aus unternehmerischer Sicht Verantwortung mit sich. Und ich glaube, Verantwortung heisst, finde ich auch immer eine Abschätzung des Risikos. Es ist ganz wichtig, dass man riskiert und immer wieder riskiert. Aber das Risiko darf immer genauso gross sein, dass, wenn es schief geht, das Unternehmen nicht lüpft. Und das, glaube ich, muss ich mir bewusst sein, weil so viele Menschen auch mit mir zusammenschaffen und auch die Existenz oder auch ein wichtiger Teil vom Inkommen über meine Musik generiert wird. Und trotzdem ist es natürlich eine schwierige und eine Gratwanderung. Ich muss meine absolute künstlerische Freiheit haben und ich muss mir auch leisten können, etwas zu machen, das sich womöglich überhaupt nicht verkauft. Und habe das auch gemacht innerhalb meiner Karriere, um manchmal auch nur zu wissen, was man nicht machen würde. Und ich glaube, das ist wichtig und das gehört dazu. Ich glaube, das ist wichtig und das gehört dazu. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Arbeit gelöhnt werden für die Arbeit, die man vorher investiert. Also, dadurch, dass Musik gespielt wird, gibt es einen Ort, wo alles gesammelt wird, wo alles dokumentiert wird. Und dadurch findet man überhaupt heraus, wer hat was geschrieben und wer kommt was dafür rüber, für das, was er geschrieben hat. Und das wäre, könnte ich mir jetzt im Moment gar nicht anders vorstellen, als dass es jemanden gibt, der das einfach richtig gut macht. Das ist auch sehr viel Bütz. Ich war mal vor Ort und habe mir das mal angeschaut und natürlich kann man heute auch vieles vereinfachen, aber immer noch muss man vieles auch Handarbeit. Und für das finde ich auch, ja, ich bin froh, ob es diese Institution gibt. Weil für uns ist es natürlich, ich bin jetzt beides, ich bin in der Rolle des Interpreten und des Komponisten, aber es gibt Leute, die sind nur Komponisten. Und das ist, glaube ich, der Trugschluss, den Leute draussen haben. Man sieht immer den Sänger und man geht immer davon aus, dass der Sänger einen Song geschrieben hat. Es gibt aber Fälle, wo das nicht ist. Klar, als Singer und Songwriter macht er wie beide. Es ist ein Sänger und Urheber. Aber in vielen Fällen ist es ein Sänger, der womöglich einen Song schreibt, den er einen anderen für ihn geschrieben hat. In diesem Fall kann der zwar durch einen guten Song viel Merchandising verkaufen und Konzerte spielen, aber er braucht zu wissen, dass er für seine Arbeit Lohn bekommt. Und dann muss man sich bewusst sein, dass der, der singt, nicht zwingend der ist, der den Song geschrieben hat. Losing myself and someone with somebody else I keep on, I keep on, I keep on losing Oh, I keep on losing myself and someone with somebody else I keep on, I keep on, I keep on losing, I keep on losing myself and someone with somebody else I keep on, I keep on, I keep on to say, oh, oh, yeah oh, oh, yeah oh, 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 oh oh, 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 oh Wee!